Aldemar HD Toll Na toll es regnet Hey Leute, hier ist der Aldemar Mit Kingdom Come Deliverance Wir haben Hunger, wie immer Der gute Herr Heinrich Gelüstet ist nach gutem Essen Oh hallo Hallo Theresa Ich hab nichts gemacht Wir essen erstmal was Ok, super Er hat ne Quest für mich? Im Ernst? Na Grüß dich werter Herr Ritter Wie kann ich dienen? Was ist denn mit ihm los? Turnierwette eingehen Ach krass Ja, das hat aber nicht so gut funktioniert Ich bin ein bisschen abgeschreckt vom Turnieren Das ist aber auch oben in Ratai, da hab ich keinen Bock zu kämpfen Wir machen das vielleicht mal irgendwann So, ach die Performance geht aber besser Ich weiß auch nicht Es ist auf jeden Fall jetzt 10 mal besser als vorher Keine Ahnung was los war Die Grafikanstellung haben wir natürlich viel vergessen Auf zu dem Lager von Kuno Die sehr merkwürdig letztes Mal am Würfeln waren und am Kämpfen Oh Mist, komm ich nicht durch Ja 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 Die falsche Synchrone ist die englische Aber ich muss sagen Aber ich muss sagen Die deutsche Sprache tut dem Spiel 10 mal mehr genüge als die englische Weil Hier hat keiner weit und breit englisch gesprochen Zu der Zeit Wenn dann eher ein bisschen mehr Etwas deutsches als etwas englisches Aber auch das wahrscheinlich eher nicht So, okay Da sind sie wieder alle Sind gerade erst alle angekommen mit ihrem Pferdchen Ja Ja Die Pappnasen So, Herr Kuno Ja Heute reiten wir Richtung Sasa Jackel hat in der Schenke von Ledetschko gehört Dass dort unbekannte Reiter gesehen wurden Denkst du sie gehören zu Hagen? Wer weiß, wer weiß Es reicht schon, dass sie nicht von hier sind Könnte natürlich auch eine Händler-Eskorte sein Okay In die Mangel Die Patrouille Wäre toll, wenn man unterwegs auch überfallen wird oder so Ah Trinken Heiße Zitrone, sehr lecker Ist jetzt kalt Was ich hier schon länger neben mir Aber egal Okay, wo gehen wir denn hin? Hier war doch das mit Hier war das Hier war ein Banditenversteck Hier oben auch Okay Jetzt sind wir mal hier In der Mangel Boah, sieht das gut aus, oder? Hübsch Jackel Du bist unser Speer Ich will hier keine Überraschungen erleben Halte nach einem guten Lagerplatz Ausschau Wird gemacht Was ist denn mit ihm los? Keine Widerworte? Ich habe ihm gestern Abend Schnaps gegeben Hat Jackel wohl zum Mann gemacht Oder deine Kuhpisse hat ihm seinen Lebenswellen geraubt Was mit Jackel los hat der Was mit Jackel los hat der Ich wusste es. Kurvat! Heinrich, warte auf! Shit, oh. Die Jakke hat uns bestimmt verraten, hundertprozentig. Haha, nicht schlecht. Welche Seite? Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Das ist eine richtig coole Szene, die ich immer sehe in diesem Spiel. Kämpfe mit dem Herrn Kuno, bla bla bla. Moment, Moment. Wir nehmen mal den Seenbogen und... ...und Pfeile. Äh, hier, verbessert mein Ding jetzt. Oh, nee, doch nicht. Haut doch mal auf ihn drauf! Das gibt's doch nicht! Der hasst mich. Na, geht doch. Arschloch. Vermöbelt den mal. Oh, der braucht jemand Hilfe. Scheiße, scheiß drauf. Der Bogenschütze macht alle alleine platt und der Ding ist... ...auch. Baumla. Ach, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Groschen mitnehmen. Ach, ich bin reich genug. Ich brauch das alles nicht mehr. Ah, endlich. Komm her, du Lappen. Was passiert? Hab ich denn die Eier gehauen? Ah, nur einmal. Da hinten wird immer noch gekämpft. Komm, dann gehen wir mal helfen. Halte durch! Ihr Lappen. Soll alles gewesen sein? Ja, jetzt geht's doch mal. Jetzt funktioniert's. Arschloch. Ich kann nicht auftreten. Geht doch. Mit euren kleinen Stöckchen könnt ihr nichts machen. Ist nix mit verteidigen. Aber die Bogenschützen könnten Probleme machen. Einen in dem Schild stecken. Dann machen sie gar nix. Mit so'n Knüppel ins Gesicht kannst du vergessen. Dann machst du nix. Das ist so'ne Gewalt, die auf dich niederfährt. Und selbst mit Helm. Guck mal, wie gut das Spiel auf einmal wieder läuft. Was ist denn denn los? Gibt's da ein Update? Mit dir ins Wasser, du Lappen. Kuno, ich hab sie alle umgebracht. Hier. Kann sauber was Sauberes trinken. Fleddern ist verboten. Ich kann einfach nicht anders. Aber hier ist nix Neues. Okay. Boah, Alter. Komm, was ist denn gemetzelt? Oh Gott, was ist denn da hinten passiert? Jan Bärmann ist tot. Was ist hier passiert? Sind alle tot? Ist das nicht auch einer von den Bärmannen? Ne, ne? Boah. Komm, wir müssten hier weg. Jan Bärmann. Steh wieder auf. Ich glaub, er ist K.O. Und reagiert nicht. Komm schon, Jan. Ich bin Forrest Gump. Ah, mich hat was gebissen. Mist, das gibt's doch nicht. Ich glaub, das ist ein Bug, dass der tot ist. Glaub ich nicht. Ist das der Bogenschütze? Nein! Stefan Fiedler. Ich glaub, die sind nur K.O. Ich glaub, das ist ein Bug. Hier. Schlaf zusammen. So gut kannten wir uns jetzt auch nicht. Guck mal, was ich hier hätte gehen müssen. Oh Gott. Gut, es sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Was nun? Ich weiß es nicht. Sie könnten uns überall auflauern. Jemand muss uns verpfiffen haben. Wir sollten uns aufteilen und von hier verschwinden. Also jeder für sich? Ganz recht. Denkst du, einer von der Bande hat uns verraten? Sieh dich hier mal um. Der ist nicht da? Genau, Jacke. Ich hab ihn vorausgeschickt und er kennt unseren Weg. Dieser verdammte Judas! Wenn ich den erwische, wird er den Tag seiner Geburt bereuen! Ich werde ihn aufspüren. Allzu weit kann er nicht sein. Das ist zu riskant. Hagens Männer könnten schließlich bei ihm sein. Wir müssen hier in einem Stück wieder rauskommen. Äh, was ist denn jetzt los? Alle hauen ab, ich wette die... Äh... Ich. Begebt dich zum Lange von Herrn Kuno. Krass, okay. Na gut, dann müssen wir wieder zurück. Boah, ist heftig. Gucken, ob die jetzt die anderen da wieder auftauchen. Scheiße, dass da kein Schnellreisepunkt ist. Meine Güte. Das war cool. Aber kurz. Meine Güte. Äh, meiden. Ich will jetzt hier nicht angehalten werden. Tod am Weg ist er. Nein, ich kenne nicht schon alles. Als, äh, ich wollte eigentlich sagen, wette, der verrät uns jetzt, nachdem er, äh, weggeritten ist und die angef... Kurz bevor die angefangen haben zu singen, wollte ich das sagen. Und dann haben die angefangen zu singen, dann wurde ich unterbrochen. Aber, äh, habe ich mir schon gedacht. Wette, der verrät uns jetzt, weil er so still geworden ist. Ihm war das nämlich... Der hat Scham. Scham, weil er wahrscheinlich Kohle dafür gekriegt hat. Weil der war doch unglücklich. Äh, ich muss was tun, damit ich nicht mehr in der Gosse sitze. Ja, hier würde ich jetzt gerne anhalten bei Überfall oder so. Egal, mach was von hier. So. Bam. Beginnt mich zum Lager von Herrn Dingelsbummels. Da gibt es doch auch Essen, oder? Paddles. Das ist wie ein Geist, Paddles. Kommt los. Auf zum Hin, Kuno. Boop, 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 boop. Ja. 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 Man, dieses Spiel ist so hübsch. Ich wüsste das Spiel... Es kommt ja bald Mod Support. Hoffentlich. Soll ja eigentlich kommen. Na, als nächstes oder als übernächstes. Und. Was für Mod ich gerne sehen würde, wäre ein Balance Mod. Äh. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Oder letztens erst. Aber das ist jetzt so lange her, wo ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Und zwar, was mich stört in diesem Spiel. Das hast du aber bei vielen Spielen. Dass du eventuell schnell an Reichtum endest. Das Problem ist hier, eine Rüstung, so wie wir sie tragen, ist im Mittelalter etwas verdammt scheiße Teures gewesen. Ja. Das hat sich nicht jeder leisten können. Echt nicht. Ja. Das hatten tatsächlich nur Anliege leisten können, wenn du überhaupt. Und, ähm... Oder gab... Die gab es als Ausgabe bei Stadtwachen und was weiß ich nicht was. Und hier läuft ja jeder Seppel damit rum. So. Das müsste viel, viel krasser limitiert sein. Und der Kampf müsste ein bisschen anders sein. Also, dass sich das rentiert. Dass sich fünf Bauern in Lederrüstung angreifen, aber dich dann... ...zum Fall kriegen können. Dein Nagel knurrt immer. Hat irgendwie so ein Balance-Ding. So. Essen. Ja, sind noch nicht wieder da. Dann legen wir uns erstmal beim Herrn Dingens ins Bett. Aber hier ist nichts. Guck mal, hier ist ein Rundschild und coole Helme. Ach, den können wir sogar nehmen. Kommandischer Hol... Ach, das ist ein Kommand-Schild. Dann legen wir uns hier schlafen. Komm, wir schlafen mal durch. Da haben wir sowieso wieder ein bisschen mehr Energie. Aber übel. Jetzt haben wir verraten. Oh, das war's schon. Ach, da sind sie wieder. Gott sei Dank. Der Fiedler. Stefan. Ich? Wie kommst du darauf? Komm schon. Du musst das nicht abstreiten. Du könntest mir auch helfen. Ich helfe dir. Ich wüsste sonst eh nicht, was ich tun soll. Ich will dem Stein in der Nacht den Ring abknöpfen. Aber er schläft immer nur mit einem Auge. Dem muss man mal zu tiefem Schlaf verhelfen. Und irgendetwas sagt mir, dass du jemand bist, der sich um die Sache kümmern könnte. Und wenn ich den Ring für dich stehle? Wenn du denkst, du kriegst das hin, mir ist das gleich. Stiehl den Ring oder bring mir diesen Schlaftrunk und ich stehle ihn. Also, dann mach ich's lieber selbst. Es geht doch zehnmal schneller. Oh, guck mal, hübscher Hammer. Ist noch Blut dran. Komm, wir müssen mal grad speichern. Ne, mach mal hier unten. Oh, Mist. Was ist, wenn ich den jetzt K.O. haue? Oh, oh. Aber ich hab den Ring des Bakkus. Ich lade noch mal. Ich wollte das einfach mal ein bisschen boxen. Okay. Es macht schon ziemlich Spaß. Scheint, dass es da nicht mehr gibt. Irgendwie so ein Tavernumring, wo du dich geh mal hochprügelst. Wäre schon cool, aber es ist irgendwann auch zu einfach. Ah, da ist er. Und wer ist denn noch? Ach, das ist Bärbaumler. Genau, gehen wir woanders hin. Geh mal spazieren. Wunderbar. Und wir sind hier ganz alleine. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ach, ich bin einfach ungeschlagen. Irgendwann super Fähigkeiten sind. Dann machen wir das erst mal. Fertig. Dann haben wir das auch schon mal. Ich hab mir den Ring gekrallt. Hier hast du ihn. Pats Blitz. Heinrich. Du bist eine hinterlistige Ratte. Also, das war jetzt ein Kompliment. Hier, eine Kleinigkeit für deine Mühlen. So, dann mal nennen wir den Kuno sprechen. Wie ich sehe, sind zum Glück alle wohl auf. Gott Lob. Der Herrgott scheint uns zu mögen. Irgendwie kommen wir immer unversehrt aus solchen Sachen raus. Der Herrgott. Oder vielleicht der Teufel. Mag sein. Hauptsache, wir haben überlebt. Gehen wir wieder auf Patrouille? Wir schon. Aber du nicht. Was? Warum nicht? Ich weiß jetzt, Dorjackel steckt. Ergreif ihn und prügle alles aus diesem Verräter heraus, was er über Hagen weiß. Klingt nach einem guten Plan. Aber warum ich? Erstens bist du zuverlässig. Und zweitens drehst du ihm nicht gleich den Hals um. So wie es der Rest von uns tun würde. Wo versteckt er sich? Tut der kleine Scheißer gar nicht. Er versäuft doch glatt seine 30 Silberlinge tolldreist in einem Wirtshaus. In der Schenke zur Viehweide oder so. Zur Waldwiese? Genau. Zur Viehweide. Schon wieder da oben. Und was wirst du indessen mit den anderen tun? Wir gehen wie gewohnt auf Patrouille. Nicht, dass sie versuchen, uns in eine Falle zu locken. Aber was, wenn sie mich in die Falle locken wollen? Gut möglich, Heinrich. Also sei lieber auf der Hut. Aber eins ist sicher. Jackel wird nicht ewig in der Schenke sein. Jemand muss sich um ihn kümmern. Ich sollte aufbrechen. Geh. Und wenn du ihn findest, verfahre mit ihm, wie du willst. Aber finde vorher heraus, was er weiß. Wird gemacht. 30 Silberlinge. Ach, das schon wieder. Okay, dann zu Waldwiese. Der ersten Wegpunkt. Pebbles, super. Dann, oh ja, Entschuldigung Pebbles, wollte nicht ins Ohr pfeifen. So, auf geht's. Leute, aber erstmal muss ich aufhören. Wir sehen uns wieder in vielen weiteren Folgen. Und wie immer, bis dahin, macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wie Whyes? deployment to a sess, falls aufuvar. Wir sehen uns wieder in ouvertlenen, Und so wieder in ein paar places. Bis dahin.